Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Battle Spirit. Ja, in diesem Part werden wir mit Renamon hier versuchen, Milleniumon zu vernichten. Renamon vs. Terriamon. Jawohl, erstmal direkt Ding und dann noch... Wow, 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 wow. Aha. Okay, cool. Er kickt einfach das Ding hoch. Wie geil ist das denn? Ja, komm. Bäm, Sprungkick. Na toll, mit dem wird es ein bisschen schwerer, dem Millenium einen Schaden zu machen. Weil der so einen Kick macht. Bäm, punch in your face. Bäm. Einfach mit dem Fuß, Alter, was? Ey, lass das. Bäm. Bäm, punch. Diamantensturm. Oh, das ist kein Diamantensturm. Das war Terriamon-Sturm. Diamantensturm. 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 Takuyamon. Takuyamon. Jo, wahrscheinlich. Ja. Bäm. Takuyamon-Kick. Oh, okay. Ne, gut. Also, noch hab ich noch nie mit Kenzo Akuyamon gespielt. Deswegen dann hier mit Renamon. Gebe. Okay. So. Bäh. Hä, hallo. Geh weg. Baa, ba, 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 da, ba, 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 ba. Diamantensturm in your face. Diamantensturm. Er fällt rach auf rach heim. Ja, doch. Nicht schlecht, Rina Mund. 22 zu 0. Und es lädt einfach die Daten. Hage mann. Diamantensturm in your face. Diamantensturm. Diamantensturm. Ja, doch. Finde ich nicht schlecht. Diamantensturm. 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 Ey, ohne Scheiß, so kann das bestimmen. Diamantensturm. 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 Punch in your face. Aua. Buh, 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 der Punch in your... Aua. Weißt du, er rennt noch nicht, war? Er läuft so ganz der Maße. Aua, aua. Hallo, äh, sollen wir das bitte ein? Aua. Bam. Aua. Und. Puh. Digi-Modify. Bam. Okay, los. Nein, hör auf. In your face. Bam. Wow, 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 wow. Das kommt auch auf meine Seite, so. Jetzt ist die Kaki am wärmsten. Dann bist du da. So, da habe ich mich erwischt. Oh, sag mal. Bam. Weißt du, schön war. Für die Quote mal was man macht. Verdammt. Na ja, ich kann bei Million-Jummen hier die ganze Zeit mit Diamanten stuhlen. Oh, mein Gott. Ah. Punch. Okay, das war ein Kick, aber okay. Kamehameha. Nicht getroffen. Really? Alter. Hey. Ich wollte das nur einsammeln, vielleicht. Zu sechs. Okay, Daten geladen. Diamantensturm. 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 Ah. Wo bist du? Tanz. Diamantensturm. Ja. Wow. Das war verdammt knapp. Diamantensturm. 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 In ihr fällst. Diamantensturm. 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 Diamanten. Oh. Schaltflotte hängt. So. Jetzt gib ihm. Jetzt nochmal Diamantensturm. Ey. Sollte Diamantensturm machen. Bam. Punch. Ah. Guck mal. Hier direkt. Bam. Hallo. Als ob der so cool slidet. Ja. Ja. Bam. Bam. Wir laden auf und bam. Dann nutzt es drei. Okay. Aufbleiben bringt also nichts. Und noch einmal. Yo. Double. Nein. 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 Double kick. Alter. Yo. War erst so eine Combo oder was? Kann ich auch. Und. Ich kann auch noch Diamantensturm für dich. Oh. Alter. Und kick. Bam. Bam. Alter. Ah. Was soll das? Stop. Trenamon vs. Trenamon. Okay. Was ist hier zu los? Wieso ist der Silber? Und ich. Gelb. Wenn man sich unter Arten ausdenken muss für das Spiel, falls der andere genau so aussieht. Was ist hier zu los? Punch. Fuck. Fuck. Jetzt weißt du wie ich mich gefiltert habe als du mich angegriffen hast. Alter. Digi Mariefai in your face. Punch. Okay, Leute, das läuft richtig gut heute. Bam, 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 bam. Ah, come on. Bam. Okay, und gib ihm nochmal. Boah, das war verdammt knapp. Jawoll. Bam, bam, kick, kick. Bam. Schade, ich wollte das so cool slideen. Hättest du gern. Alter, was? Er muss echt gucken. Er muss echt erst sehen, wer hier den Ton angibt. Er ist weggeflogen und ich habe Speed gemacht. Beste Kombo ever. Aua. Ja, doch nicht. Komm. Da führe ich den Schlag immer schnell aus. Und 32 zu 2. Mit 30 Punkten Vorsprung. Ich würde mir jetzt Sorgen machen. Okay. Tschüss, Gilmon. Wieso eigentlich immer Gilmon? Du. Ja, hier. Yo. Bam. Haha. Er sammelt eh alle von mir ein. Also kann ich eh nicht viel machen, außer die ganze Zeit hier Diamantensturm. Alter. Aber ich kann seine theoretisch auch einsammeln, aber die fliegen halt nicht so zu mir wie bei ihm. Boah, hier. Bam. 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 Aha. Fuck. Fransch. Sammel die halt ein, du Assi. So, jawohl. Und habe ich noch. So. Bam. Ah. Aua. Karlo, Mann. Da bist du. Karlo, Mann. Ich muss digitieren. Ein Roundhouse Kick. Ja, bitte. Ein Geschenk für dich. Hier, nochmal. Oh, toll. Ja. 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 Jawohl. Ja. Ey, Impmon, du nervst langsam. Hör einfach auf vorzukommen. Danke. Aua. Deswegen wahrscheinlich auch noch zu ihm, aber nicht mehr im Kampf da, wie es gewann. Bam. Okay, läuft. So, hier. Komm doch. Oh, nicht weg. Ah, Mann. Ah, was? War nicht so gemeint. Hehe. Ja, gut. Äh, komm mal ran jetzt. Hallo. Okay, das kann ich lange machen. Okay, so. Bam. Bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Okay. Digi-Modify. 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 Aua. Okay, mein Handy klingelt wieder. Ähm, tak. Ah. Ich geb dir jetzt. Dreh um und tansch. Na gut, also er kann da rumhängen, während ich hier digitiere. Bam. Ne, er rennt jetzt super schnell. Ich sag, hey. Sag, du, ja, Mann. Mach da alles grad. Na, 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 na. Ach, was soll das denn? Na, bam. Hey. Ich soll grad diesen Flammen-Move auf Blumen machen. Dann halt nicht. Alter, alter, alter. Du willst das einsammeln, da hast du. Na, Diamantensturm, Diamantensturm, Diamantensturm. Bam. Komm schon. Gebt dir Mühe. Aua. Aua. Was soll der Versprossensmove. Ja. Alter, alter, alter. Chill. Jetzt tansch ich dich weg. De-Modify. 30 zu 8. Ja gut. Ah, jetzt kommt noch Zucker, man. Ich dachte, jetzt kommt schon links. Oh, bam. Oh, bam. Oh, bam. Oh, bam. Oh, bam. Bam. Ich sammelst das nicht ein. Aber. Ah. Zucker, man währt sich ja bewusster. Boah, jetzt komm. Haut um. Opferkreuz. Bam. Okay. Zack. Alter, wie lange, Rena, man braucht hier, um umzudrehen. Punch. Baseball. Ey, 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 ey. Okay, das kann man zu... Whoa. Okay. Hier, nimm das. Hörst du auf. kein etamon hier oben fliegt das führung ernsthaft hier trägt sie okay als akkuyama kann man schon mal sein ding aufheben ich leide dich weg so schade ein trick hätte er noch ausführen können nein aber aber so dreh dich um blödsauer so punch beziehungsweise kick und win ok arena man millennium mann erstmal spreche und verkacke ich hier wobei ich momentan echt viel auf das träscher alle treffer sind immer drin ok lol läuft jo wahrscheinlich jo läuft das hört auch weiter an ich fand es stoppen ja als ob ohne mega level als ob ich ich sag mit rena man ist jetzt vielleicht schwerer und dann so nö geschafft datengeladen und im momentan wieder war ja klar aber ich weiß nicht warum der denn kommt hat der was gegen meine niedrige futsal oder was und dann kommt wahrscheinlich immer random ich hab mal Bock gut wo immer diese credits ne na lade schneller komm komm herzlichen glückwunsch immer noch nicht freigeschaltet ok interessant dann machen wir im nächsten part mal mit terriamon weiter ja richtig sagen das war's bis zum nächsten part wenn es euch gefordert geht nummer hochwertig gibt der rutter bis dann und ciao